Wir sind jetzt beim normalen Korbleger Links mit unserer normalen Basketballschrittfolge. Wenn ihr noch nicht das Einführung Korbleger Links Video geguckt habt und die Übung gemacht habt, dann macht ihr das am besten zuerst und sonst machen wir jetzt hier weiter. Ihr geht zum zweiten Hütchen oder zur zweiten Markierung, macht einen langen Schritt nach vorne und setzt da eine dritte Markierung hin, geht wieder einen Schritt nach hinten und jetzt machen wir ein Dribbling dazu, dass wir keinen Schrittfehler machen. Wir dribbeln mit der linken Hand, setzen dabei unseren rechten Fuß auf den Boden und machen dann die Schrittfolge, die ihr schon kennt. Das war jetzt sehr viel auf einmal, ihr guckt euch das am besten nochmal an. Genau, darauf achten, dass ein Fuß immer zusammen mit dem Dribbling auf den Boden kommt, das heißt der rechte Fuß. Macht das genau wie Marvin, stellt euch am Anfang in Ruhe hin und sonst gilt das gleiche wie vorher. Wenn ihr daneben geht, einsammeln, weiter probieren, gar kein Problem und den Ball immer schön an das obere Eck, an die obere Kante vom Rechteck am Brett legen. Ihr könnt das wieder gerne mit beiden Händen machen, weil das ein bisschen schwieriger ist von links für die Rechtshänder. Wenn ihr Linkshänder seid, geht das wahrscheinlich auch nur mit links. Wenn das schon sehr gut klappt, könnt ihr auch mal nur die linke Hand benutzen, so wie der Marvin jetzt gerade. Und auch hier, Übung macht den Meister, immer weiter probieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nie da Mum, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal... Wie schon seitdem im Untertitel! Bitte, 19 bis zum nächsten Mal. Ja ichrip mir noch nicht. ich r Hitler rolling courte zu gehen. Wir beginnen.